Sooo, nun geht es schon weiter mit dem dritten Teil. Genau. So, da ist hier vor keiner. Ok, dann soll ich dann weiter. Genau, jetzt sehen wir auch mal hier andere Linien, die ich hier jetzt mal fahre. Ich meine, ich finde es auch mal ok. Dass man auch sieht, dass man auch nicht mehr fährt. Genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was Sie so gerne sehen wollen. Oder auch was für Maps. Genau. Schreibt es einfach in die Kommentare. Hallo. Also, ich dachte, einmal eine Kurzstrecke bitte. Eine Kurzstrecke, jawoll. 85, 2, 4, 5. Bitteschön. Genau. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was Sie so viele Maps sehen wollen. Dann können wir ja mal gucken. Nächste Haltestelle. Bergerführt-Brunswöhen. Bergerführt-Brunswöhen. Jetzt kann ich den Kanal noch mal umbauen. Und zwar wird es ein neues, ja nicht ein neues Format geben. Aber ich habe gerade die Folgen vielleicht ein bisschen anders gestanden, würde ich jetzt mal sagen. Die Folgen werden jetzt immer so die kleinen bleiben. mit Pausen verbunden. Mit Pausen verbunden. Ja. 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 Ja, ja. Da ist das Ding, der muss ich dirue. Ich will denn hier auch mal einen Landstrecke, ist ja um mich zu fahren. Und das nenne ich mal wieder hier. Okay, die E31 wird da reingehen. Aber wir fahren ja immer noch die E32. Genau, richtig. Und wir stehen wieder hier am Lindenhof. Genau. Ja, ich stehe jetzt hier am Lindenhof. Dann wird es wieder einsteigen. Die wollen alle nur aufsteigen. Fast sehe ich. Ja, gut, okay. Dann, ich will ein Halschen gehabt. Nächste Halsestelle. Lemental. Willst du das so? Genau. Hier am Platz liegt gerade auf dem Ruh. Eingestellt, ne? Genau. So. Muss die Tür rauf sein. Hallo, ich bin auch da. Aber wenn keiner einsteigen möchte, sicher, dann eben hab ich nichts, ne? So, und dann fahren wir auch schon weitererlich auf die Mischung raus. Ach, wie seh. Immer deine Loading-Ide. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Lemental-Bresner Platz. Genau. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier konzentrieren. Und wenn ich jetzt hart genau nicht weiß, muss ich da rein gehen, oder wie muss ich da rein? Ja, oder wie muss ich da rein? Ja, oder wie muss ich da rein? So, jetzt muss ich mal ein bisschen gehen. Nächste Haltestelle. Lemental-Hautbahnhof. Äh, okay. Ich fahre tatsächlich mit dem Hauptbahnhof. Ja. Zuerst zum Hauptbahnhof. Zuerst zum Hauptbahnhof. Zuerst zum Hauptbahnhof. Auto tun ich ja mal. Ganz genial. Ganz genial. Erstmal zum Hauptbahnhof. Zuerst zum Hauptbahnhof. Zuerst zum Hauptbahnhof. Äh, jau. Dann fahren wir ja dann weiter. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt hier um mein Polo wieder rüchten? Naja, dann fahren wir doch einfach mal hier vorbei. Aber natürlich hätte ich hier auch wieder vorne erst mal drehen müssen. Oder, oder aber... Ne, da muss ich hier wieder drehen. Hey, wake up! Und weiter geht das. Guten Tag! Hallo, guten Tag! Und weiter geht es. Nächste Haltestelle, Elemental Leibnizplatz. Genau, Leibnizplatz. So. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken. Da bin ich gekommen. Genau. Ne, dann fahren wir nicht da rum, sondern wir fahren rechts rein wieder. Genau, genau, richtig. Wir fahren nämlich... Jo, das passt. Wir fahren jetzt hier rein. Genau, zum Leibnizplatz. Ach, ist das immer eine Fahrerei. Okay. Aber das ist nicht nur ein Leibnizplatz. Und ja. Genau. Genau. Eine Tageskarte bitte. Jawohl. Okay. Einmal die Betrag des Stapel. Und die Präsentation. Euro von 7 Cent. 10 Cent haben Sie einmal neu. Danke. 50. Zoll 70 Euro. Bitteschön. Jo, da... 32er... Es geht... Genau. Über Heiligenburg gerade hombres. Jetzt ist die Frage. Fahren wir über Heiligenburg nicht? Hop hop chop! Hop 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 hop... Hier fahren wir. Das heißt, wir fahren jetzt ja los aus und hier bin ich. Genau. Nächste Haltestelle. Und wir sind vier. Lementail Müffeln Lementail Müffeln Mal schauen Der Liegner See sehe ich da aber... Na ja... Wird wohl schlimm hoffe ich mal, wenn nicht muss ich eine kleine kurze Abkürzung spielen Oh schlecht, oh schlecht Aber das sehen wir gleich Genau Sehen wir gleich wenn... ja ne? Wenn unsere Loading ja nie wieder weint, man könnte ja wieder Pause machen Ok Über Heiligenstock Jetzt gucke ich doch mal Tatsache nach Über Heiligenstock Heiligenstock Birken, jawoll Das heißt wir fahren jetzt hier rechts Das heißt wir fahren jetzt hier rechts Dann ist es doch so Oh scheiße Was war das denn? Oh scheiße, was war das denn? Ok, jetzt habe ich ein Problem Moment, 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 Moment Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Lementail Bonner Gürtel Zechergasse Oh Entweder ich habe Entweder ich habe Die falsche I genommen Das falsche Ibis genommen Weil, ähm, ja Ja Wurde ich bin falsch gefahren Jetzt Das könnte nämlich jetzt auch sein Falls ich aber jetzt falsch gefahren Und mehrere hinterliegen Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Da wird einem ja schlecht Jetzt sagen Sie mal Tipps ja nicht Wenn Sie mal ein bisschen ruher fahren Aber ... Nächste Haltestelle Lementail Hohenmarkt Rathaus Hohenmarkt? Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Lemental-Kötgen, Sieb nun. Das war doch halt die Route 4. Nächste Haltestelle, Lemental-Hüffel. Nächste Haltestelle, Lemental-Heiligenstock, Sieb nun. Jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's, weil wir da unternehmen, habe ich auch die richtige Seite, ne? Kann's auch weitergehen. Nächste Haltestelle, Lemental-Hüffel, Sechergasse. Genau. Und da suche ich nicht so viel. Fahre ich jetzt hier sofort auf die Haut. Haltestelle denn jetzt? Haltestelle mal andere Fahrer raus. Ist ja wieder nicht. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. So, normalerweise macht man das nämlich nicht. Und da. Einmal Kurzstrecke, bitte. Die Kurzstrecke. Jawohl. Danke. Nächste Haltestelle, Lemental-Hohenmarkt-Rathaus. Naja, was den Lemental nicht alles schieflaufen tut, ne? So. Oh, das sei ja schon. So. Genau. Und weiter geht das. Ja, das gibt heute mal eine besondere Folge, würde ich mal sagen. Aber, naja. Hallo. Morgen. Hallo. Guten Tag. Oder auch guten Tag gesagt, genau. So. Und weiter geht das. Genau. Wir müssen nämlich jetzt schon rechts rein. Nächste Haltestelle, Lemental-Hohenmarkt-Gasse. Nächste Haltestelle, Lemental-Hohenmarkt-Gasse. Jetzt sehe ich zum Beispiel einen Teil, wo ich noch nicht gefahren bin. Ja, immer mal was Neues, ne? Auf Lemental. Genau. Auf Lemental-Updaked. Ist in Deutsch gesagt. Hallo. Hallo. Einmal nochmal, bitte. Jawohl. Einmal nochmal. So. So. Nächste Haltestelle, Lemental-Hohenmarkt-Gasse. Einmal auf West. Der Bahnhof West sehen wir hier befasst. Genau. Hallo. Einen Fahrschein, bitte. Jawohl. Einen Fahrschein. Bekommen Sie. Gleich. Tschüss. Hallo. Oh. Ruppendach. Nächste Haltestelle, Lemental-Walkenfeldering. Nächste Haltestelle, Lemental-Walkenfeldering. Wer ist da schön? Boah, das ist nicht weg. Er fällt der Schei, das ist erst hier. Ups. Das ist der Ring hier, oder was ist der? Guten Tag, eine Frage habe ich dir. Nächste Haltestelle, Lengental Evangelisches Krankenhaus. Hallo, einmal Tageskarte. 9,10 Euro, 10 Cent vielleicht. Aber leider geht es nicht. Servus, Kollege. Nächste Haltestelle, Lengental Kultgen, Siedlung. So, fangen wir über die Schule oder nicht? Das ist die nächste Frage. Genau, Siedlung. Nö, das sieht nicht so aus, also dann noch mal alle Wege. Fahren wir also hier rechts rein. Okay. Scheiße, was ist das hier für Wege? Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Lengental Kultgen, Alten und Heidelberg. Genau. Jetzt kommen wir zum alten Wohnheim hin. Guten Tag. Oh, dann fallen wir auch schon weiter. Lemp, Lemental Industriegebiet Müllerstal, Neuwerken. So, hinten da war noch kein Zug, also rüber. Hallo? No. Nächste Haltestelle, Lemental Industriegebiet Müllerstal, Schwaketenstraße. So, ich bin mal, ich bin mal. So, ich bin mal. So, ich bin mal. Sollte Hallo Nächste Haltestelle Lämmental Industrie-Vitmungers-Tal Zinkgasse Ja und so wie es aussieht sind wir dann auch gleich an unserem Ziel nahe gekommen Wäre ja super genial wenn es wäre Nächste Haltestelle Lämmental Industrie-Vitmungers-Tal Stadtrat Ne dann doch noch nicht Nein Aber diese Folge ziehen wir jetzt komplett durch Wo haben sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen Und da Hallo Nächste Haltestelle Lämmental Industrie-Vitmungers-Tal Zinkgasse Aber fahren sie mal vernünftig Was ist das denn jetzt? Halten sie mal an, lassen mich raus Das geht aber gar nicht Moment kurz, Moment kurz Moment kurz Ich muss doch wieder nen Trick einbauen So, das war mal wieder der gleiche Trick einbauen Weil sie hier wieder Scheiße gebaut haben Lämmental Nicht nur Es kinnol Es ist gar nicht Nächste Rittestelle in den Füll. Na, da wird mir doch mal ein bisschen Gas geben. Aber die Zeit, ja, so schnell fahren, das geht leider immer noch nicht. Nein, leider. So, dann haben wir jetzt das gleich geschafft. Genau. Hoffe ich jetzt endlich mal, denke ich noch. Wäre jetzt super nett. Ja, genau. Wollen wir hier noch raus? Nee, da möchte keiner raus. Dann fahren wir noch weiter. Genau. Nächste Haltestelle, Brandenberg-Preuzel. Genau, hier sind wir Brandenberg-Preuzel. Okay. Das heißt, wir sind auch gleich schon im Ziel. So. Genau. Nächste Haltestelle. Frankenberg-Gärtnerei. Damit hat dieser Bus sein Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Buses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Genau, das ist jetzt auch unsere letzte Station für heute. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Euch fürs Zuschauen. Ich hoffe jetzt hat Euch gefallen, was ich gefallen habe. Naja, mit ein paar Grenzenfällen. Okay, kann ja passieren, ne. Ich würde mich dabei freuen, wenn Ihr mir einen Daumen da lassen würdet. Ja. Ja. Klar, dann gehen wir noch wieder rein. Na, ich würde mich freuen, wenn Ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ähm. Verabschiede mich jetzt von Euch und wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Euer Peter.